Auf Anordnung des obersten Bundesgerichts wurde Karl Linas in New York in eine tschechoslowakische Linienmaschine gebracht. Er soll im Zweiten Weltkrieg als KZ-Kommandant in Estland an der Ermordung mehrerer hundert Juden beteiligt gewesen sein. Beim Einsteigen leistete er heftigen Widerstand. Der 67-Jährige wurde in die estnische Hauptstadt Tallinn gebracht, wo er vor 25 Jahren in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017